Rudolf Antonius Heinrich Platte war ein deutscher Schauspieler. Leben als Rudolf Platte drei Jahre alt war, zogen seine Eltern mit ihm nach Hildesheim. Der Sohn des Kaufmanns Josef Platte und seiner Frau Caroline verließ 1920 vor dem Abitur das Gymnasium Josefinum und nahm Schauspielunterricht. Rudolf Platte begann als Schauspieler am Theater und gab 1925 sein Debüt als Shylock in der Kaufmann von Venedig von William Shakespeare an der Freilichtbühne Düsseldorf. Es folgten Engagements in Bad Harzburg, Hildesheim, Hagen, Wuppertal und am Residenztheater Hannover. Einige Zeit verbrachte er am Lobetheater in Breslau, wo er auch Regie führte. 1927 gelangte er nach Berlin und leitete dort gemeinsam mit Werner Fink und Hans Deppe das Kabarett Die Katakombe. In den 1930er Jahren trat Platte in Berlin auch in Musikrevüen auf. Durch seinen Auftritt in der Revue Ein Kuss reist um die Welt mit Hilde Seib und Aribert M. O.G. Nach der Musik von Josef Rixner erlangte er auch die Aufmerksamkeit der Medien. Sein Filmdebüt feierte Platte in dem 1929 gedrehten Stummfilm Revolte im Erziehungshaus. Danach war er im weiteren Verlauf seiner Karriere in mehr als 200 Filmen zu sehen. Darin spielte Platte oft Rollen von verkannten, zurückhaltenden und schüchternen, aber liebevollen Menschen. Fast immer waren es kleine, einfache Leute, die er sozusagen als »Mann von der Straße« verkörperte. Von 1940 bis 1944 war er Direktor des Theater in der Bärenstraße und von 1945 bis 1947 leitete er das Theater am Schiffbauerdamm. Als Schauspieler beherrschte Rudolf Platte gleichermaßen tragische wie komödiantische Figuren und spielte sowohl auf der Bühne und ab den 1970er Jahren auch zunehmend im Fernsehen, in Serien wie auch in anspruchsvollen Literaturverfilmungen. Durch seine Rolle des allmählich erblindenden Straßenbahnfahrers in dem Stück »Das Fenster zum Flur« von Kurt Flatow und Horst Pillau, mit der er am Häppeltheater in 278 Vorstellungen auftrat, wurde Platte zu einem der beliebtesten Berliner Volksschauspieler. Rudolf Platte war in erster Ehe mit Walli Hager verheiratet, danach 1942 in zweiter Ehe kurz mit der Schauspielerin Georgia Lind. Von 1942 bis 1953 war die Schauspielerin Marina Ried seine Ehefrau, danach heiratete erneut Georgia Lind. Als er 1984 acht Tage nach seiner Frau, im Alter von 80 Jahren an Herzversagen starb, feierten ihn die Zeitungen als »letzten wirklichen Volksschauspieler«. Das gemeinsame Vermögen von etwa zwei Millionen D-Mark vermachte das kinderlose Paar dem Hermann Gmeinerfonds zur Förderung der SOS-Kinderdörfer. Rudolf Platte wurde auf dem Friedhof Wilmersdorf in Berlin neben seiner Frau beerdigt. Ihre letzte Ruhestätte ist seit November 2010 ein Ehrengrab des Landes Berlin. Seit dem November 2009 erinnert in Hildesheim eine Gedenktafel an seinem letzten dortigen Wohnsitz an ihn. Auszeichnungen 1966 Berliner Kunstpreis für darstellende Kunst für der Kaiser vom Alexanderplatz 1969, Bundesverdienstkreuz I. Klasse 1974 Ernst Reuter Plakette in Silber 1974 Ehrenmitgliedschaft der Freien Volksbühne Berlin 1978 Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film 1980 Ehrenring der Stadt Dortmund 1984 Silbernes Blatt der Dramatikerunion Silbernes Blatt der Dramatikerin